hallo und herzlich willkommen auf meinen youtube-kanal ich freue mich dass er wieder eingeschaltet habt ja heute ein bisschen ein anderes video wie sonst und ich habe mir gedacht ich erzähle euch mal ein bisschen was über foto ideen oder bild gestaltungs ideen oder wenn schlechtes wetter ist was kann man alles machen oder anderen bearbeitungsmöglichkeiten ja ich habe mir jetzt gedacht ich mache das als podcast als foto podcast und wie ihr hier seht ich habe hier 30 bilder aus dem archiv heraus gesucht das sind bilder aus dem jahre 2010 2011 die sind alle entstanden mit einer nikon d 3000 spiegelreflexkamera damals also ich sage jetzt mal wir gucken ein bisschen drüber und weg über die rahmengestaltung und den schriftzug in dem bild was so damals ein bisschen modern war und doch irgendwo der ein oder andere auch mal gemacht hat ja zu meiner person wer mich jetzt noch nicht kennt oder mal auf den kanal hier ist ich bin hobby ist ich fotografiere schon seit über 20 jahren und ich habe mir alles alles selber angeeignet also viel auch in büchern gelesen und viel ausprobiert aber im endeffekt ist es halt die praxis dies ausmacht und dann kann ich nur sagen von anfang an immer geht raus und macht fotos geht einfach und fotografiert und übung macht den meistern so auch ich bin nicht vollkommen aber es gibt das ein oder andere wo schon die frage mal kommt ja das wird das schlecht was soll ich denn fotografieren oder wir haben winter es ist trist und grau und was soll ich jetzt machen darüber möchte ich euch durch einmal kurz sprechen heute und ich würde sagen holt euch einen kaffee oder tee und dann starten wir in den einzelnen bildgestaltung hinein und dann sage ich ein bisschen was dazu was man so alles machen kann so wir starten mal hier oben mit den ersten bild und was wir hier sehen ist eine idee also viele der ein oder andere was heißt viele also der ein oder andere hat mit sicherheit auch euch ideen zu hause es sind manchmal doch die lieblings blumen der ehefrau oder der mama und was wir hier sehen die worten ausgeleuchtet wir können auch einmal kurz in die informationen mal kurz reingehen ist ohne blitzlicht gemacht worden ich habe hier ein makro objektiv eingesetzt mit blende f 16 also ziemlich stark abgeblendet um eine möglichst hohe schärfe zu bekommen und das ist also kein stacking ja das kann man machen ist mit sicherheit auch eine form einer bildgestaltung für die wand kann man sich ausdrucken lassen kann man die wand hängen und dann braucht man gar nicht raus zu gehen und dann kann man sich eigentlich auch wunderbar austoben und was wir hier lernen können ist natürlich die zwei drittel regelung oder ein drittel regelung in der fotografie heißt also wie ordne ich das ganze bild irgendwo an ist eine ganz nette geste und da denke ich dass es auf jeden fall ein fotomotiv wird so kommen wir mal zum zweiten bild das ist relativ ungewöhnlich das ist also eine rose die hier abgebildet ist aber es ist alles in blau gehalten das kommt daher da ich bei uns im haus ein bild hängen habe mit einer etwa gleichen farbe und diese farbe hat mich doch fasziniert ein bisschen und da habe ich mir natürlich gedacht das kann ich auch selber machen und ich habe mir da einfach eine rose geschnappt und habe das einfach im photoshop dann bearbeitet so dass man das auch aufhängen kann also hier lässt die kreativität könnte freien raum lassen ich betrachte die fotografie immer als kunst sein es ist irgendwo dokumentarisch gestaltet und da gibt es eigentlich kaum regeln so kommen wir mal zum dritten bild also hier auch das ist einfach nur tulpe die ich mit blitzlicht fotografiert habe das ist eine tulpe aus einer base die die man meine frau mitgebracht hat dafür braucht man das haus nicht zu verlassen und ich habe einfach im hintergrund einen schwarzen karton aufgestellt gehabt so also dass die tulpe als solches ein alleinmerkmal hat und durch dieses blitzlicht kommt sie auch ganz stark zur geltung also auch das kann man machen da kann man sich auch mit blitzlicht ein bisschen ich sag mal hantieren ob das jetzt direktes blitzlicht oder seitiges blitzlicht ist das kann man ausprobieren und da kann man auch etwas trainieren was das was die lichtumgebung betrifft kommen wir mal zum nächsten bild das ist ja hier habe ich einfach im brunnen apografiert es gibt solche manche manche haushalte haben das so oder der eine andere vielleicht auch so haushalt so hausbrunnen ja die sorgen für eine gute luftfeuchtigkeit das sind natursteine und sieht aus wie ein lavabrunnen bisschen auch hier habe ich ein bisschen mit licht gespielt und habe dann ein rahmen gesetzt wie das damals so üblich war und auch das kann man natürlich mitnehmen ja hier mal ein ganz klassisches notizbuch und hier haben wir einfach leere seiten und haben ein bisschen mit den linien gespielt auch da kann man sich fotografisch ruhig mal austoben und gestalten ich schätze es ist ein makro ja das ist ein makro mit 85 mm ohne blitzlicht ist also freie handgemacht worden weil ich hier eine iso habe von 220 und bin auf den offenen blende f4 gegangen auch das ist eigentlich sehr interessant und in schwarz weiß sieht das gar nicht so schlecht aus ja hier sehen wir ein schloss das sind die dorndorfer schlosser wie stehen bei jena ist mit sicherheit ein besuch mal wert dieses bild ist dann eher malerisch gestaltet worden also wir ist es erst fotografiert worden ich will mal gucken mit welcher blende blende f8 ISO 100 mit 45 mm und ist dann im photoshop eigentlich so bearbeitet worden als wäre es ein malerisches bild das ist natürlich jetzt ein bisschen geschmackssache auch da kann man sich natürlich ein bisschen bildgestaltung austoben gerade bei schlechtem wetter was man alles mit seinen bildern halten machen kann finde ich auch ganz nett so auch hier das ist ein schloss aus dresden mal in einer bleistift zeichnung entwickelt worden auch so was kann ja sehr sehr interessant werden wenn das nicht die die reine fotografie halt darstellt sondern eine fotografie in form einer bleistift zeichnung auch das kann man photoshop zu hilfe nehmen ich glaube ich habe damals foto photoshop elements genommen wenn mich nicht alles täuscht das ist also die abgespeckte version der eine oder andere hat das vielleicht und da kann man natürlich genauso gut diesen diese bleistift zeichnung darüber legen und dann hat das auch eine richtig schöne wirkung ja hier sind wir nicht in amerika sondern wir sind in göttingen das ist ein parkhaus als ich glaube ich habe das einfach mal gespiegelt und habe das so platziert dass also das relativ mittig ist und in schwarz weiß sieht das eigentlich auch sehr sehr gut aus ja das kann man auch machen wenn man ein bisschen mit offenen augen durch die stadt geht dann kann man eigentlich schon sehr sehr schöne motive mitnehmen wir wollen mal gucken wie die einstellungen liegen sie haben hier 18 mm das war ein kit objektiv auf d3000 f14 iso 500 also iso wahrscheinlich auf automatik belassen da ich da ohne stativ fotografiert habe anstanden ist es mal gucken 2011 im januar also auch bei tristen wetter dann kann man architektur fotografie zum beispiel mitnehmen ja hier mal ein bild von einem auge und das ist das auge meines sohnes auch das kann natürlich sehr sehr spannend und interessant sein und das könnte einfach mal ausprobieren wie sich das auswirkt ich glaube ich habe hier ein makro genommen ich denke mal ja ein makro mit einer nikon d300 es ist auch 2011 entstanden und blende f4 also ich habe die blende ziemlich weit aufgemacht und iso 200 das ist bei dieser kamera ist das die mindest die sozial die geht das die schießt das ab 200 los also auf den geringsten wert damit ich wenig raus verhalten in den bild drin haben ja ist auch sehr sehr spannend dann kann man auch ruhig mal machen da kann man sich ruhig ein bisschen austoben brauchen wir nicht rausgehen ein bisschen gutes licht sollte vorhanden sein um das so abbilden zu können hier sind wir noch mal in göttingen also das ist auch dieses parkhaus was wir vorhin in schwarz weiß hatten und hier haben wir einfach die linienführung genommen ja ich schätze mal der himmel war nicht so weltberühmt da war wahrscheinlich trist und grau deswegen ist das hier in weiß dargestellt aber die linien führen wir schön hier in der mitte des bildes hinein und so hat das foto eine völlig andere wirkung weil die perspektive ist von diesem bild einfach ganz unten gemacht das finde ich eigentlich auch sehr sehr spannend ja da kann ich nur sagen gerade bei architekturfotografie oder wenn er jetzt mal einer stadt unterwegs seid und nicht gerade landschaftsfotografie dann kann man sowas mitnehmen und dann tobt euch einfach mal ein bisschen aus endet ein bisschen die perspektiven und hier ist die perspektive so gestaltet worden ich bin ziemlich nah rangegangen und habe dann einfach die kamera nach oben gerichtet so dass ich so eine dreiecksbildung gewinne und das bild mir schön tief in die bildmitte wirkt so wir gucken mal mit welcher blende also ja wir haben 18 mm und blende 14 die so 800 also so wahrscheinlich auf automatik belassen und automatische automatische iso mache ich im regelfall oft schon wenn ich ohne stativ unterwegs bin dann kann das schon passieren dass ich dann automatik reinnehmen um mich eben halt mehr aus motiv zu konzentrieren auch das sieht ganz nett aus ja und es ist eine schöne spielerei auch hier nochmal das parkhaus von der anderen seite her ja hier bin ich auch ziemlich weit nach unten und nach vorne gegangen und habe die kamera nach oben gerichtet so dass es eine wahnsinnig groß erscheinen also wahnsinnig groß erscheinungsbild gibt und das macht dann das bild eigentlich auch interessant und gerade wenn diese linien eigentlich schon eher symmetrisch angeordnet sind und führen mir dann doch schön in die bildtiefe hinein so kriegt das bild auch eine gewisse größe ja hier mal einfach ein paar schuhe genommen auf dem weißen karton und einfach mal abfotografiert hier habe ich glaube ein bisschen mit blitzlicht gearbeitet und ohne blitzlicht ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ist schon zu lange her wir gucken einfach mal ja hier habe ich ein blitz gearbeitet steht euch hier drin und wir haben makro objektiv genommen und haben die blende auf mittelwert genommen bei 7,1 so dass ich eine sehr gute schärfentiefe erreiche und so wird das bild auch dann interessant ist ein bisschen stil live fotografie und auch das kann man machen wenn das wird eben relativ schlecht ist und vom bildaufbau her seht ihr ja ich habe das ziemlich weit links angeordnet hat einen psychologischen effekt im hintergrund haben weil wir gucken ja immer vom menschlichen augen immer eher von links nach rechts ja hier haben wir ein bild von kassel das ist die wilmshöhe und müssen mal gucken das ist gemacht wurden auch im februar 2011 also das sind jetzt eher so monate die so dieser jahreszeit reingehen wo wir eigentlich ein bisschen schlechtes wetter haben wo nicht viel in der landschaftsfotografie vielleicht zu holen ist weil die motive ein bisschen nicht so arg so doll da sind wo das ein bisschen trist ein bisschen grau ist und dann kann man natürlich auch architektur fotografie mitnehmen und hier ist es so gemacht das ist schon eine art ja ich bin ich doch bleistift form ist es entwickelt in einer bleistift zeichnung was ich persönlich natürlich ein bisschen nett finden ja das hat eine schöne geschichte und ich gucke mir dieses bild auch heute noch sehr sehr gerne an so und das ist eine katholische kirche auch die steht in kassel ja und hier haben wir einer ja schon eine relativ wahnsinnige abbildung der höhe also es sieht diese an dieser turm sieht sehr sehr wuchtig aus und vermittelt jedenfalls das bild weil die perspektive so gehalten worden ist vom bildaufbau her ich bin also hier auch ziemlich ziemlich nah herangegangen ich glaube stand schon fast unten an der mauer habe die kamera dann weit nach oben gehalten so dass ich immer noch diese drittel regelung der des bildes erfüllen und dann wollen wir mal gucken mit 18 mm also 18 mm ist wahrscheinlich ein standard objektiv gewesen habt ihr blende hier ziemlich zugemacht auf f9 um hier auch eine schöne schärfentiefe zu gewinnen ja wir können ja mal kurz rein zoomen und können uns das mal hier so angucken ja die abbildungsleistung ist natürlich nicht sehr prickelnd von sohn von sind objektiv aber wir sehen dass hier oben strukturen vorhanden sind und das gesamtbild finde ich also wirklich sehr sehr interessant weil eben halt diese dieser turm wuchtig dargestellt worden wird durch die art der perspektive innerhalb der fotografie so hier mal eine collage ja das kann man machen um vielleicht ein bild zu gestalten kommt mit einem schönen bilderrahmen drumherum wo man das vielleicht an die wand hängen kann das sind jetzt rosen aus der base genommen ja ich hab da einfach nur collage draus gemacht und habe eben halt drei verschiedene perspektiven genommen und so sieht das eigentlich sehr sehr nett aus ja auch das ist eine form die man zu hause machen kann ja man kann collagen anordnen oder man kann collagen gestalten wenn ich jetzt ein zwei drei bilder nehmen und packt die dann nebeneinander und so kann ich dann auch ein bild drucken lassen vielleicht auch 50 mal 70 oder 60 90 oder 60 90 oder 60 90 ein bisschen sehr groß weil es also panorama ist aber man kann dann ein schönes bild drucken lassen für die wand finde ich eigentlich auch sehr nett anzusehen ja hier einfach mal gespielt mit licht und schatten das kann man zu hause machen das ist eine kristall lampe eines also eine natur stellen lampe ist das und hier habe ich einfach makro eingesetzt und da kann man mit spielen wie verhält sich denn das objektiv oder wie verhält sich denn die einstellung der kamera wenn ich ins gegenlicht oder wenn ich direkt ins licht rein fotografieren naja wir gucken uns hier mal kurz die einstellung an auch hier habe ich makro objektiv verwendet 85 mm blende ein bisschen zugemacht iso auf automatik belassen hier bin ich mir nicht sicher ob ich hier ein stativ können aber nicht ich glaube nicht weil sonst hätte ich iso 100 mit sicherheit gemacht ist mit der d3000 damals entstanden also sehr sehr alte kamera schon und ist auch aus dem jahr 2011 wir sehen auch januar also wie sind immer in den monaten wie wir jetzt haben wo so dieses wirter so tristig ist ja und da kann man zu hause eigentlich sehr sehr viel machen man muss nicht vor die tür gehen und kann sein hobby weiter ausleben und man kann das natürlich sehr sehr gut trainieren das was man macht man lernt seine kamera kennen und man lernt natürlich auch den umgang mit licht das ist finde ich eigentlich sehr sehr wichtig weil ein bild ist wie beim maler lebt natürlich vom licht so hier mal ein foto von von ein dach also auch das ist eine möglichkeit der art der fotografie ebenfalls der architektur fotografie hier haben wir linien in einer setzung also im spiel drinnen wie sind die linien gestaltet wie sind so art der form auch das kann man machen man kann einfach mal los ziehen und fotografiert einfach mal dächer in einer gewissen anordnung und legt dann einfach mal so sind ich habe das jetzt hier in schwarz weiß foto entwickelt und habe das relativ großen rahmen gemacht und so hat das bild eigentlich eine sehr schöne wirkung ja hier sehen wir die kirche aus meiner heimatstadt mühlhausen thüringen und hier ist auch die entwicklung sehr malerisch gestaltet worden ich will mal auf die information gehen ist auch september 2010 ist das gemacht worden also ist wahrscheinlich auch so ein herbstmonat der nicht ganz so prickelndes auf jeden fall hier draußen wir haben 98 mm wir haben also zum objektiv mit einer offenen blenden genommen und iso auf 200 ja diese kirche hat natürlich eine geschichte und das ist die marienkirche sie wird erstmals im zwölften jahrhundert in san marien erwähnt und ist 1315 beim stadtbrand fast völlig zerstört worden und erst im 14 jahrhundert hat man so wie man es jetzt jetzt sieht im stil der gotik errichtet und ende der bauzeit schätzt man im späten 15 jahrhundert dieser turm den ihr hier seht ja also dieser hier der ist 86,7 meter hoch und mühlhausen zählte im jahre 1523 zu der zweitgrößten stadt in thüringen ja die marienkirche war im deutschen baukrieg die wirkungsstätte von thomas münzer der im februar 1525 fahrer dort wurde also in dieser kirche also ja man sollte man auch wissen dass jede stadt hat seine eigene geschichte und das finde ich immer sehr sehr interessant und da würde ich halt auch sagen geht einfach los ja geht man guckt euch nach stadt mal um vom bauwerken her und macht mal so eine art fotodokumentation ja ihr könnt es auch wie hier jetzt ein bisschen künstlerisch malerisch dann entwickeln und jedes jedes objekt hat vielleicht auch eine wunderbare geschichte von euren eigenen heimatstadt was natürlich sehr sehr spannend sein kann ja und darauf zurückzukommen er wurde einem fahrer 1525 in dieser marienkirche hier drin und sein erstes ziel war die deutsch ein deutschsprachiger gottesdienst er hatte früher eine geschichte gab es das ja noch nicht das wurde erst im frühen mittelalter dann umgesetzt und bereits dann am 27 5 genommen von genauen datum hier zu sagen 1525 oder thomas münzer dann vor den toren mühlhausen enthauptet und sein kopf auf einen pfahl gesteckt also die stadt hat also eine ganz besondere geschichte und ich denke mal jeder kennt auch thomas münzer von der geschichte her weil das sollte eigentlich an der schule auch klärt werden ja heute ist die marienkirche die zweitgrößte thüringens nach den erforder dom und sie ist gedenkstätte thomas münzer und ist heutzutage auch ein museum was man mal besuchen kann wir hatten hier aufnahme datum 2010 also hier sieht man noch ein gerüst das wurde wahrscheinlich dann saniert und der standpunkt wo das aufgenommen worden ist ich denke das war vom löwen aus also der löwe ist auch eine gedenkstätte im mühlhausen wo man auf diese höhe hinunter blicken kann und auf dieses bild dann halt kommt ja auch so was kann man entwickeln und so was kann man sich mit beschäftigen mit dem mit den bildern also es gibt mehrere arten was man machen kann mit seinen bildern ja ich habe da schon ein oder andere videos mal gebracht das wäre jetzt auch eine form wo man sich ein bisschen künstlerisch gestalten kann was ich gar nicht so verkehrt finde ja auch hier ein bild probiert das ruhig auch mal aus das ist ein selbst porträt macht mal verschiedene gestiken verschiedene blickwinkel ja und guck mal was da rauskommt ihr werdet da eine menge menge spaß haben wir gucken mal wann das entwickelt wurden oder wann das ja wir haben wieder februar 2011 also das sind alles bilder wo das wetter so trist und nicht so angenehm ist ja heute haben auch so ein wetter wieder dass da pfeift der wind es regnet und da ist an rausgehen eigentlich weniger gedacht auch wenn es kein schlechtes wetter gibt schlechte kleidung aber bei sehr starken wind und sehr starken regen da will keiner so gerne natürlich rausgehen ich auch nicht ja dann macht man einfach mal solche innenaufnahmen man spielt ein bisschen rum und und da kommen ganz ganz tolle sachen eigentlich dabei heraus so hier auch mal ein ja das ist eine porträt aufnahme aber diesmal relativ ungewöhnlich also nicht von vorne sondern von hinten was mir an diesem bild hier gefällt ist die lichtsetzung wir haben hier seitliches licht und licht von oben und hier ist auf wunsch hier an etwas französisches reingeschrieben worden ich weiß es diente zum 60 geburtstag wir gucken einfach mal von den einstellungen her wir haben hier 98 mm also ich es ist kein makro objektiv ist ein tele objektiv und die offene blende 5,6 ermöglicht dass ich hier eine schöne unschärfe im hintergrund bekomme und die schärfe auf dieses auf das porträt selbst liegt ja das finde ich eigentlich auch sehr interessant ach es ist auch geblitzt worden ich sehe es gerade es ist von hinten geblitzt worden und dadurch dass wir hier mehr lichtsetzung haben habe ich natürlich dann so eine wirkung was auch sehr interessant ist ja so was kann man machen porträts müssen also nicht immer von vorne sein sondern sie können auch ein bisschen seit ich von hinten mal gestaltet werden finde ich auch sehr sehr spannend vor allen dingen dieses bild erzählt eine geschichte und das sollten bilder immer machen bilder sollten eine geschichte erzählen was man aus interpretieren kann das kann man zum beispiel machen kann als geschenkkarte zu einem geburtstag dazu packen und dann freut sich der empfänger auf sicherheit weil es ist individuell es ist ja sehr persönlich ja ja noch mal das auge was man was wir vorhin hatten diesmal in schwarz weiß da muss ich jetzt nicht ein bisschen da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein das hatten wir vorhin schon wir plöttern einfach mal weiter hier haben wir eine rosa außen ja aus einer vase das ist mir sicher eine rosenstrauch gewesen und auch hier gucken wir mal wann das gemacht worden ist ja wir sind wieder im februar 2011 und hier haben 85 mm das ist also mein makroobjektiv hier mit einer offenen blende f4 iso 400 und das ist nicht geblitzt wurden auf jeden fall auch ohne stativ so und dieses bild das kann man zu machen zum wein dienstag zum beispiel ja man kann so ein foto machen wein dienstag steht wieder an zum 14 februar falls das einer jetzt nicht auf dem schirm hat und da kann man ein paar nette zeilen und kleines gedichtchen hier drauf auf der seite noch schreiben und kann das dann in den druck geben und kann eine schöne gestik zum wein dienstag mit übermitteln freut sich die partnerin auf sicherheit ja hier mal das sind tore mal aus einer perspektive mal von unten man muss also nicht immer seitlich von vorne drauf gehen sondern man kann das also auch mal von unten machen und da kommen wirklich wenn man mit offenen augen ein bisschen durch die stadt geht dann guckt sich das eine andere mal an und da können ganz ganz interessante sachen dabei herauskommen vor allen dingen was wir hier haben sie ist wirklich mittig in der mitte gesetzt also wir sehen dass hier das ist genau die mitte und wir gucken mal von den einstellungen her wir sind bei 18 mm wohlgemerkt alle bilder sind auf absc geschossen wir haben wir die d3000 wir haben sind im märz jetzt mittlerweile 2011 und blende habe ich hier relativ zugemacht auf 9 um ihm halt eine schöne schärfentiefe zu erzielen ja wir sehen auch hier wir haben jetzt mal hartes licht das sehe ich an der seite aber man kann ja auch bei in der mittagszeit oder in der nachmittagszeit wenn das nicht schon ein bisschen hart ist solche aufnahmen machen die mit sicherheit auch sehr spannend sind was ich hier sehr spannend finde ist die art der perspektive also von unten nach oben geschossen die säulen also ich habe wahrscheinlich genau darunter gestanden und habe einfach senkrecht die kamera nach oben gehalten auch das ist eine schöne perspektive und das kann ein sehr 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 gestalterisch interessantes bild werden ja hier mal ein bild mit einer kaffeetasse und plätzchen unten rein wir wollen mal gucken wann das war wir sind im dezember 2010 das heißt also die plätzchen bäckerei hatte schon von statten gehabt was wir unten sehen wir haben hier makro objektiv eingesetzt auf eine blende 3,8 also 3.8 iso 1100 ja ist klar es rauscht natürlich schon von den heutigen iso werten der heutigen kameras wäre dieses rauschen natürlich nicht vorhanden aber dieses bild als gestaltungsmöglichkeit wäre zum beispiel etwas für die küche man kann das ausdrucken und kann sich so ein bild dann in die küche hängen warum nicht das sieht man sich hat auch sehr sehr schick aus und ist auf jeden fall einladend ja kann man auch als gestik mal machen am wochenende kann man sich das also das bild am wochenende ausdrucken ja unten zu einer tasse kaffee hinstellen und wenn die frau dann an den frühstückstisch kommt freut sie sich wahnsinnig auch ein sehr nette idee ja das ist sehr sehr spannend was mit sehen also das ist eine uhr die ich hier habe ein etwas ältere uhr und hier habe ich einfach mal die icm also icm fotografie angewendet in form von der zoom fotografie ich habe also das objektiv direkt auf die uhr drauf gehalten und habe dann so lange probiert da muss man natürlich ein bisschen geduld haben bis dieser effekt entstanden ja diese uhr die hat so einen dreidimensionalen effekt und das ist das was ich halt wollte finde ich auch sehr sehr eine sehr spannende fotografie wir haben also als wenn ich als wenn du in das bild hinein oder raus gesorgt oder gezogen wirst und trotzdem sind diese schriftzeichen hier scharf die die zeiger sind scharf ja und hier als wenn ich eine zeitreise machen ja das ist eine sehr interessante fotografie da kann man wissen sich auch ein bisschen austoben bisschen spielen bei schlecht wetter und macht eigentlich auch wahnsinnig viel spaß wir wollen mal gucken wie die einstellungen hier sind ja wir haben auf 52 mm angeschossen also schätzen wir haben tele drauf gemacht und bin auf 52 mm zurückgefahren und wir sehen hier von der belichtung her wir haben 8 fünfte sekunden also hier habe ich 100 prozent ein stativ eingesetzt weil ansonsten wäre das so nicht vom statten gekommen und habe die blende halt aufgemacht finde ich ein sehr gelungenes bild und ja das ist ein bisschen eine art der kunst aber aber finde ich eigentlich sehr sehr nett wir haben das gleiche noch mal einer anderen form schwarz weiß und ihr seht hier schon den unterschied also wenn ich jetzt die bildung mal nochmal vergleiche also hier habe ich eine völlig andere wirkung wie hier das ist auch dieser icm also dieses zoom fotografie wo man sich ein bisschen austoben kann die scheint mir hier ein bisschen weniger gelungen obwohl diese zahlen hier oben doch ein bisschen scharf sind aber auch das ist eine schöne schlecht wetter fotografie ja ja mal einfach mal so ein korb den habe ich einfach mal so abgelichtet er hat eigentlich ich finde das bild das hat eine schöne wirkung irgendwo und ja es gefällt mir irgendwo ist ein wäschekorb auch da kann man mal sich austoben hier habe ich makro objektiv eingesetzt ja blende aufgemacht freie hand ISO 400 und das auch im februar übrigens entstanden also februar 2011 und ja das sind so schlecht wetter fotos wenn man halt nicht rausgehen kann oder man weiß halt nicht von den motiven was soll ich machen ja spannend finde ich bei diesem bild eben halt auch dass man halt in der entwicklung in der fotoentwicklung sich ein bisschen austoben kann ja ihr seht das ist nicht ein color sondern schwarz weiß und die haben auch mit sicherheit ein bisschen mit kontrast hier oben nachgeholfen ein bisschen schwarzwerte hier oben an oben angehoben und ein bisschen weggenommen also da kann man sich auch ein bisschen austoben was die bildbearbeitung betrifft ja hier noch ganz klassische armbanduhr hier die ich habe ja gesagt diese schriftzeichen die lassen wir jetzt mal weg ja das war mal modern das ist schon lange nicht mehr so wir gucken mal wann das gemacht worden ist september 2011 wir haben ein makro objektiv eingesetzt blende 4 freie handfotografie so 800 bei ein zehntel die sekunde ja es sind die gestik und ist auch viel viel künstlerische gestaltung hier drinnen und viel spielerei wir haben hier oben eine spiegel ansetzung diese spiegel ansetzung kann ich jetzt gestalten in form eines echten spiegels ja das geht auch indem ich den quer oben drüber setzen und dann die uhr fotografiere ich habe hier ein bisschen lichteinfang von der oberen seite oder ich nutze photoshop und spiegel es mir im fotoprogramm das geht natürlich genauso gut auf jeden fall ist es auch eine spielerei wo ich sagen kann aber schlecht wird da kann man solche art von fotos machen es ist so dass die live aufnahme die ich eigentlich gar nicht so schlecht finden ja hier haben wir wieder ein bild wer mich ein bisschen auch auf instagram verfolgt der hat das jetzt auch in instagram gesehen ja dieses bild erzählt eine geschichte und das finde ich eigentlich sehr sehr nett hier habe ich einfach eine taschenlampe auf die andere seite gelegt und habe sämtliche andere beleuchtung bisschen reduziert so dass ich also hier und schön schein drin habe und habe dann eine ziemlich offene blende gemacht ja die brille drüber gelegt und dieses bild erzählt eine geschichte und das ist für mich immer sehr interessant wir gucken mal von den einstellungen ja ja wir haben 30 januar also 2011 das also mit sicherheit auch dann so tristes schlechtes wetter gewesen wie man es jetzt hier auch haben hier habe ich makro objektiv eingesetzt mit einer blende f 3.8 und auf 1 30 die sekunde isa 800 ist also eine freie hand fotografie also auch auf keinem stativ ja und das macht natürlich dann ein riesen das macht riesen spaß wenn man dann seine kamera dadurch besser kennen lernt und auch die bildgestaltung kennen lernt und vor allen dingen auch weiß was das objektiv kann und wie man mit der blende und mit der belichtung hat umgeht ja das kann man machen bei so schlecht wird auch wie man das jetzt hat ja hier einfach mal zwei zwiebeln genommen und ich finde es jetzt auf der oberen seite etwas zu stark beleuchtet fast schon ausgebrannt ist also aus heutiger sicht wir gucken mal wann das gemacht ist ja april 2011 und hier haben auch makro objektiv eingesetzt blende wieder ein bisschen geschlossen freie hand und wir haben iso 1600 also aus heutiger sicht würde ich die belichtung hat anders setzen und ich würde auch die entwicklung heute ein bisschen anders machen also nicht so in dieser altbacken form aber auch das ist eine möglichkeit ja wir sehen hier diese zwiebeln sind schön so gesetzt dass sie mir und diagonal nach hinten also schräg weg gehen und sitzt aber auch nicht mittig im bild das heißt also ich habe eine schöne schöne bild aufteilung und das macht es dann natürlich sehr interessant dieses bild kann man halt machen um zum beispiel in seiner küche und vielleicht das eine andere bild mit aufzuhängen wo die küche dann ein bisschen wunder wird ja und das ist auch so noch schlecht wird der fotografie ja das soll es dann wieder von mir gewesen sein ihr seht also naja man kann eine ganze ganze menge machen auch bei tristen wetter und wenn man nicht rausgehen kann aber nicht rausgehen will wie man das sagen möge es gibt genug gestalterische möglichkeiten was man drinnen machen kann und da könnt ihr euch natürlich austoben und das macht immer wieder spaß herr neue dinge zu entdecken und vor allen dingen mehr aus seinen bildern zu machen ihr habt jetzt hier gesehen dass eine andere bild das ist mit sicherheit auch relevant zum druck wo man das an die wand hängen kann wo man vielleicht bilder auch mal austauschen kann ja man muss dann keine bilder selber muss er keine fertigen bilder kaufen sondern kann das selber machen ja man kann zum beispiel die küche gestalten oder das eine oder andere räumchen vielleicht mit gestalten man kann nette gestiken machen und man kann sich auch mal in form der selbst porträt fotografie ein bisschen austoben da kommen ganz interessante sachen raus ja das sind so die eindrücke mal aus ein archiv von 2010 2011 die grundlegenden dingen der fotografie die haben sich bis heute nicht geändert man muss das rater nicht neu erfinden nur die kameras sind halt besser geworden und ich glaube auch die ein oder anderen objektive sind von der qualität her besser geworden aber da könnt ihr mal euch austoben was sowas betrifft so ich möchte mich an dieser stelle hier wieder verabschieden von euch es hat mir eine menge menge spaß wieder gemacht euch das mal ein bisschen zu zeigen ein bisschen so eindrücke zu geben und zu unterlassen was man so alles machen kann und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder dann wird ein video wieder von draußen wahrscheinlich sein auch bei schlecht oder dristen wetter wir werden mal sehen was mutter alles so auf die beine stellen können vielleicht werde ich jetzt so ein podcast video mal ab und zu mal im laufe des jahres reinbringen um mal eher so gedanken mit auf den weg zu geben was man sich da oder was ich mir dabei gedacht habe oder so eine bildgestaltung wie man sowas aufbauen kann so ich wünsche es an dieser stelle alles lieber alles gute und bleibt mir schön gesund und wir sehen uns dann beim nächsten video ciao bye bye euer pia